Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Video mit MyGameYouTube Hi Ja, wir haben gerade eben schon eine Folge bei ihm aufgenommen, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen Und an sich war die eigentlich komplett scheiße Da hätten wir doch lieber die... Wir hatten vorher eine Runde privat aufgenommen, die hätte man aufnehmen sollen Die hätten wir aufnehmen sollen Ja, sollen Haben wir leider nicht Aber wie es immer so ist, man denkt immer so, es wird eh scheiße Und dann, ja Ist es halt richtig geil, aber dann, wenn du denkst, ja jetzt muss es gut sein und dann... Ja, mehr, mehr müssen wir dazu nicht sagen Das kennt bestimmt jeder irgendwoher Das Problem ist, genau jetzt, wo ich nicht aufnehme, läuft's Verdammt Das ist doch... Es ist... Ich finde, es läuft besser als gerade eben Obwohl ich bin runtergefallen beim ersten Modul Ja, das kommt bestimmt gerade eben Ja, das kommt bestimmt gerade eben eine Teamrunde, aber dass der gemeint schwieriger ist Hm, ich glaube auch Und wie blöd ich erstmal bin, wenn du in die falsche Richtung laufe Und mich darüber auch... Ah, die Map ist jetzt nicht so scheiße verwirrend Finde ich zumindest Finde ich zumindest Aber das geht, ist dann richtig verwirrend, finde ich zumindest Dann finde ich mich irgendwie nie mehr zurecht Und auch geil, ich hab ne Explosionschest bekommen, das findet man auch ja richtig geil Oh Gott Weil die bringen richtig viel Und nochmal ne Explosions-Tour, richtig nice Puh, Goldnäpfelkühe Die sind geil Als ob es bis drei Goldnäpfel sind dann trotzdem Wohin Muss ich jetzt hier hoch oder da runter? Ich weiß es nicht, ich geh da runter Hast du schon Rüstung? Hm, ja, ein bisschen was Die Hose, Eisen, Helm, Kettenhelm, äh, Kettenhelm, ja, Eisen-Jazz-Baid Hm, ich hab nen Bogen bekommen TNT-Bogen Das werd ich zum Ghostbear machen, nein Ach, das war das Jump'n'Run, wo ich jetzt bin Das ist das Jump'n'Run, wo ich früher mal übelst scheiße gespielt hab Komm, Checkpoint Danke Hm, so, doch mal So, aber da mal Oh, da nochmal Blackblock Mmm In Oh, ne, da nochmal Blackblock Oh nice Äh, ich hab nichts was Oh, ich ob ich kriege zwei Gold äh- Cem, äh, zwei Äpfel und kann ich mir also zwei Gold holen Das wär schon praktisch Ja Hmmm Mh, so ich habe hier was bekommen wieder Level Scheiß auf die Level ich benutze Level eh nie gib mir lieber voll die oder so aus einer Einzige ich bekomme Amboss aber es bringt mir nicht viel außer ich bekomme jetzt hier ne zwei OP-Sperter na ich bekomme natürlich wieder TNT-Pfeile raus und mein ähm die wenn du Bogen hast sind die echt stark oh ich hab jetzt nen scheiß Rendi uh die OP-Sperre ich hab die OP-Sperre also die mit äh Schutz 2 und oh nein ich hab mir nen Charter bekommen ähm äh Schutz 4 Charter mit 6 weil es halt OP-Sperre oh was man das ist schon wieder Kacke ich hab zwei Kacke ich bin fast bei diesem Play-Button äh ich auch weil Bangs natürlich, Dr. Bangs, äh nicht Dr. Bangs äh Dr. Bangs nein ja Bangs natürlich der YouTuber den wir selber gehabt hier noch mal ein bisschen rum springen da noch mal wie gerade konzentriert dabei ja ich eigentlich auch, aber irgendwie lässt die Konsequenzen nach und irgendwie du hast gesagt, du hast irgendwie nächste Woche irgendwie da ein bisschen frei und so, oder wann hast du den Sommerfilm? ähm dann, also ich hab jetzt noch vier Wochen Schule oh, da bin ich ja schon fast wieder durch ja, das ist leider so du bist welches Bundesland? Schwestrich-Holstein ich glaub Bayern haben Klubber als letztes Schlüssel, oder? äh, nein, die haben jetzt auch bald ach so, okay, das war dann was ich denke, dass hier ich glaub hier, äh, war das denn irgendwie wie ist das, wo Stuttgart drin ist? ähm, Baden-Württemberg genau, die haben Klubber ziemlich gespielt mhm ja, das kann sein oh, ich dachte schon, da wär kein Cheffreund gewesen es wär jetzt über Twitter gewesen dann freu ich mich, dass ich nächste Woche schon, äh, meine Ferien hab fuck oh, jetzt hab ich Hunde bekommen, lass mal ich bin doch grad auf die komm ok, warte mal ich geb mir echt müh, ich versuch an das ich bin aber jetzt nicht so weit von wie ich's ultra gerne hätte hm also für deine Aufnahme wär's natürlich perfekt ja ja, hier hab ich gleich gewinnen und alles ok, gerade bei mir ist es so aber du gehst jetzt weiter, hast du auf dem Baum noch, ok Eisenblock schalte ich den Eisenblock schalte ich den Eisenblock schalte ich dir hinbekommen, ok nice und die zweite Tierhose nein, ich hab's fast geschafft komm komm hast du mich mittlerweile überholt, ja hast du äh, kann sein, ich weiß es nicht ja, hast du nein, mein Spitz, ach scheiße, die Spitzerquart hm ich hab sie sowieso nein, TNT achso, der TNT macht er keinen Schaden na, jetzt bin ich, ähm, auch wieder ein Stück weiter nach vorne und da kommt ein Creeper-Dings, der macht uns sowieso keinen Schaden oder nein, macht er nicht das wär so bitter, wenn du irgendwo in dem Baum hängen bleiben kannst ja es gibt Geld bestimmt irgendwie wo ist das? noch eine OP, DHS-Blade es gibt ja hier diesen Doktor Bangs, ne ich find, also ganz im Ernst, ich find den irgendwie hästlich ich weiß nicht naja geschmackswache ich find den irgendwie so fuck boah ich bin scheißernst ich glaub komm ich bin jetzt aufm Baum oh hier sind, oh nein, wir sind so sowas wie zum Checkpoint teleportieren, fällt ja auch echt, muss man sagen oh so wie es bei Yetimoya ist oh nein, er hat das Ziel erreicht wirklich als ob, ich bin jetzt auf der Zielgeraden gerade komm bitte das ist unfair ich hab nichts gutes doch, ich könnte, warte ich jetzt wird's auf jeden Fall ach scheiße, ich bin eigentlich auf dem Zielgeraden ich hätt, wird's echt nicht das mehr wirklich lange brauchen aber mit den 8 Sekunden schaff ich das nicht mehr leider scheiße es wär so geil gewesen wirklich sind es immer nur ah, das war jetzt echt ärgerlich weil es war halt wirklich nicht mehr weit ach, das ist mir gerade ärgerlich ist ich hab grad mein, ich hab wieder ein paar Sachen aus meinem Intentat leider gerade verloren ich hab grad TTE verspendet ach, ich muss jetzt übelst Assi spielen da kommt alle von hinten an gerannt scheiße ich bin gleich tot als ob ich bin tot ich hab auch keinen Lust als ob ich das als ob ach, nö fuck, man kriegt die Feuer schon Blitz Potion ausrüsten der war auch echt so scheiße Equipment der war auch fucking scheiß gesetzt, muss man ehrlich sagen ach, du hast wenigstens Full Dia ich bin hinterher nein, hab ich nicht naja, aber du wirst auf jeden Fall noo, genau, der zunimmt mich jetzt Kacktusblut ja, ich bin schon wieder tot ich spiel gerade so schrottig mal ganz ehrlich, ich spiel so schrottig nicht ich spiel jetzt erstmal schlimmer gehts echt nicht, ist ja noch schlimmer als letzte Runde okay, ich hab nen Kill gemacht, oh mein Gott ich hab jetzt immer noch keinen einzigen Kill oh, noch nen Kill? nice was die Runde läuft verfest wirklich? mir läuft nicht weit schlimmer komm na scheiße hier, danke jetzt hab ich auch gehotkeyed weil, äh, hab ich noch nen Hotkey gefühlt ich spiel grad so verdammt, scheiße komm bitte den 1 Kill oha ich hab genauso rissen wie ich nein ich bin komplett raus ich bin komplett raus das ist doch nicht dein Ernst bei mir wirds jetzt auch knapp ich seh dich ja komm das war's das war's doch, ich hab noch ich bin doch gar nicht gestorben von Jump and Run her war das ne geile Folge von meinen PvP-Skills jetzt war das kompletter Mist gerade ja ja kann gut, eine mehr aber auch ich könnte jetzt geppeln aber kommt grad okay, ist nicht richtig ich hole mir die jetzt oha ich guck dir zu, ich spectator kann das sein, dass das deine ich... meine Sachen das könnte sein, bin ich hier gestorben? ich glaub das ist ja Schutz 4 auf jeden Fall könnte sein wenn du zwei davon findest, dann ja ja, ich hab noch eine also ich hab noch irgend so eine gerade gehabt kannst du mal kurz sagen, dass vielleicht ein Gegner kommt nötig hm nein, kommt keiner ich war dazu nochmal ich beobachte alles hast du noch irgendwie einen Helm gehabt? ja, die Helm dir? ja ich weiß nicht, ob das mein Block ist ja, aber es sieht halt aus ne, muss auch nicht muss jetzt auch noch die Hose Enchant Table hatte ich auch nicht da, ja muss das nicht immer noch na doch, das könnte auch meiner sein, weil ich hab keinen rausgeworfen halten naja, oder? okay immerhin hab ich jetzt wieder ein bisschen bessere Zerquipment mit der Gierbrustklatte hm hattest du nämlich ein Lucky Sword? hm, nein leider nicht und mein letzter Runde hattest du eins noch? ja ja, ich aber jetzt irgendwie nicht aber ich bin immer noch nicht gestorben hm hm das ist so ungerlich ich bin geschorben, aber du noch nicht okay, ich brenne und hast du drei Leben? als ob du noch verdammte drei Leben hast ich hab grad beide meine Tränkel gezwitsch okay, ich muss, ich hab jetzt noch zwei hm, ich sech ich hab noch mit dieser Ghost blau blau typ äh, drei Leben ja ich glaub, der wird auch gewinnen ich werd auch gleich wahrscheinlich sterben wir campen sich bis aufs Blut also man muss sagen boah vielleicht tut diese Ghost soll ich abstoffen? äh, ich glaub ja, dass du mit sterben würdest aber wenn du diesen Ghost auf diesen Ghost-Typ gehen ja, ja oh shit, TNT ist nett stimmt, hier lebt auch noch einer der hinter der hat ein Leben, glaube ja, der hat ein Leben und du denkst ja, ich sterb dann ist das echt praktisch ah, verdammt bei Loll, die liegen einfach mal Lacky-Boost direkt wohl Sporne und das noch an DLM läuft ja, natürlich und ich bin jetzt noch untergesponert zwei extra herzen ich hab noch den Rüstusprofi ich hab noch den Rüstusprofi von Diamant ach man, ich kann den Diamanten ach doch ich kann natürlich nicht kommt grad irgendwer hm, nö da manchmal gerade kurz Full-Dia nicht, dass ich sehen würde doch Full-Dia alles ob doch alles verdammt ob doch 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 ja, der mit am weitesten hinten war das Full-Dia und mischt beiden Dings mit hättest du mal vorher gemacht jetzt hast du nur noch ein Leben ja, komm der Typ kill dich so oder so der Typ kill dich sowas von wobei, wenn du Glück hast und Skill warte ich nochmal das Schwert, das ist besser wenn du Skill hast hast du das ich muss dem jetzt übelst die Kombo reindrücken weil ich hab gar kein hier mit dem mehr das ist mein Problem ich kann halt mit meinem Knockback-Profil agieren mhm wie gesagt wenn du Skill hast oh shit komm ich Brenner komm Skill just do it ich guck gespannt zu mein Game vorbei ist auf jeden Fall wird das bei diesen neuen YouTube irgendwas Karte verlinkt sein wenn ich sie vergesse und dann würde ich sagen Leute bis zum nächsten Video und tschüss Tschüss